so ein ganz herzlich willkommen zum neuen part let's play ich muss warten bis es hier geht ja jetzt willkommen zum neuen part let's play fire emblem free houses für die nintendos wird ich wollte euch ganz viel spaß mit neuen part einfach nur woche drauf und es geht einfach alles ich bin einfach so dankbar dass es einfach alles gerade funktioniert und ich ein kleines bisschen gebraucht habe aber ich habe auch heute mal mehr ein bisschen mich da auch bewegt für ich freue mich wirklich darauf heute auf halben früh hause ich habe einfach so viel drauf das kann ich gar nicht kostet aber gut frau ist klar ich will sagen wir haben jetzt hier ein bisschen coolen zu tassen machen heute erkunden also ich will wo ja kunden mal ganz gerne machen wir haben ja auch schon gekämpft kämpfen wird erst mal ein bisschen vielleicht mal nicht mehr kommen so heute aufgreifen mehr heute habe ich nicht mir vor zu können aber wir schauen mal so ich denke mal nicht habe ich auch ich baue ein bisschen hier herum zu gehen ja ich habe auch mal ein bisschen mehr von mir diesen kleinen spiel da ist einfach krass hey ich kriege so viel gute laune einfach in diesem spiel oder ein junger sofort einfach sofort gute laune sofort gute stimmung also muss ich habe auch gerade schon ein paar druck geladen vom feiern beim free haus ist einfach ist einfach bedient ich habe gerade um 49 damit doch ja auch wieder aufgenommen also ich habe nicht auch genau ich habe hochgeladen extra vor euch jetzt habe ich halt gedacht kommt ich nehme mal auch um diesen umgang mal ja die neuen part auf für den nächsten part aber ich habe so lust drauf ist ein geiles spiel ist so ein geiles spiel es ist so ein geiles spiel ist eins der beste spiel die hier mal eben spiel ja ich mache so die anzeichen hätte ich gedacht aber es ist so einfach 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 so einfach ist es echt ich muss mir unbedingt noch ein anderes fall verkaufen ich bin ich bin so dass ich nach feiern will also ist echt erst ernsthaft und ich habe es gar nicht gewusst dass ich das ist so richtig wie nach feiert werden aber ich werde ich weiß aber scheide leben ich habe scheide lieben ist genau die jeweils hier auf den übungsplatz ja ich schon relativ lust drauf wo sie doch